Aber nice, zu einer weiteren Folge von... ...Kotierung überlastet, okay, nee, von... ...Kirby und das Vergessene Land. Im letzten Part haben wir noch ein paar von den Missionen gemacht. Und die Klettertour auf dem Zementgipfel... Ja, war ein bisschen anstrengend, weil wieder was doofes drin war, was man nicht wirklich voraussehen konnte. Aber, ja. Ich würde sagen, wir gehen ins nächste Level, und zwar den strummschnellen Wasserwerk. Was anscheinend wie ein längeres Level ist, fünf Wurzel, die es versteckt, uiuiui. Das ist doch was, was schnell geht, oder? Stromschnellen sind jetzt nicht so langsam, würde ich sagen. Ja, aber es können ja viele Stromschnellen sein. Ja, wir schauen einfach mal. Vielleicht ist... Oder unten war Schwert, Heini. Na, ich würde gerne mal eine Fähigkeit wechseln. Kommst du von hier da rüber? Na, ich glaube, der läuft mal nach hinten. Oh, da ist was. Tatsächlich habe ich das auch gesehen. Ja, okay, aber wir wissen... Nein, Schildi. Wie heißt du den genannt? Schildi. Sehr kreativ. Oder uns in die Statue, die bekommen wir... Dein Ernst? Er kommt auch wieder. Als ob das diesmal nicht immer ein bisschen war. Skandal. Wie ich zeigen halt nicht so oft. Ich finde sie schrecklich. Und heute... Ist sie? Ist sie auch echt nichts mehr? Doch, ist es. War ich nicht. Keine kleine Kiste. War ich nicht. Was denn? Warst du? Man hat es gehört. Aha. Ja, nee, das war Jan. Nee. Ich habe auch gerade eben gebadet. Das ist noch eine Sache. Ja, komm. Jetzt, komm. Von was kriegt man denn sonst? Hatschuh. Sich damit, was du getan hast. Betrug. Oh, da ist ein... Nein, Jan. Was denn? Ja, man muss links, rechts oder mitte gehen und... Die Mission ist gescheitert. Nein, nein. Bring jetzt hier bestimmt ein neues. Guck. einfach gleichzeitig obwohl erst mal ein kaffee das ist ein kaffee die erneu freiwillig kaffee das auch die milch zum kaffee muss jetzt nicht sein hier war jetzt auch nichts mehr nur alles sicher war mein hals wir haben sehr schön fühlt ja glaube ich auch es war schon sehr nein ja wer seid ihr denn ich hasse diese komischen fliegenden bomben und schieb schieb verschnitzen nur weil die im wasser sind okay kann er die haben sehr ähnliche ja und für was bombenkette blaupause spezialpowerbomben jetzt muss aufpassen es könnte helfen beim letzten mal musste man alles haben will kein eis ob sie das nicht noch beurteilt da ist die bombe sehen da ist die bombe für dieses etwas oder irgendwann auch drauf kommst du jetzt überhaupt noch zurück oder hinter ist auch was so viel muss doch langsam mal was kommen hier mit einer wunderschönen krone ist da irgendwas und dann müssen durch die mitte links rechts rechts links mittel äh isi war das aber zumindest heute dies aber noch nicht übersehen wie leid ueich warum passt das nicht nicht mal knapp Okay, jetzt sind wir wieder hier. Irgendwie müssen wir da hoch. Oha. Ganz viel Geld. Da ist noch was versteckt. Eine Kapsel. Warum ist das hier alles so leer? Wo ist hier nichts? Was soll das? Nein, stimmt. Irgendwo, dann müssen wir die Kiste. Die Treppe? Ja, Treppe. Warum hast du das wieder gemacht? Weiß es doch auch nicht. Sie müssen einklopfen, nicht mehrere. Ja, aber ich drücke halt immer den falschen. Kann man Y und B verwechseln? Es geht doch nicht. Doch, das geht. Und wie das geht. Und noch eine Kapsel. Oh, da hat man Eis. Ja, gehen sie zurück. Lass denn da oben das Feuer, das brennt. Kriegen sie nur mit Eis weg. Hörn sie auf den alten Mann. Aber ich wollte doch gar kein Eis haben. Kannst du eigentlich über das Wasser... Was ist mir zu leid? Finde den goldenen Fisch. Wo war der? Ich weiß es nicht. Er kann fliegen. Aber er ist schon tot. Ach, sehr schön. Hä? So, jetzt. Ach so. Schön zu sagen. Warum steht die da? Hopp, hopp, hopp. Alter, was die Württel, die es für komische Geräusche machen. Oh, was ist das? Er ist ein Wow. Oh. Ist drei Konserven. Thunfisch. Ich glaube, wir haben noch keinen übersehen. Aber wir haben... Ich habe so ein leichtes Trauma von... Oh, da müssen wir die draufstellen. Die was draufstellen. Die Leiter oder die Treppe. Den Schalter. Ihr müsst wissen, Jan ist manchmal ein bisschen schwer vom Begriff. Ja, lass mich doch. Hä, dahinter ist noch ein... Dings. Da sind noch zwei. Wie machen wir das? Ja, noch zwei Schalter. Aber die Frage ist womit? Sind die temporär oder sind die jetzt einfach weg? Dann kannst du die einfach klicken. Aber da hinten ist doch noch ein Trepp. Ja, so weit habe ich jetzt noch nicht geguckt. Tut mir leid. Ja, ich habe meine Brille nicht auf. Ja, easy. Gleich noch einer. Oha, als ob. Kein Wunder, dass hier nie was ist. Einfach alles an einer Stelle ist. Ich habe noch zwei Konserven und was auch immer. Oh, da ist bei mir. Da ist aber noch mehr, oder? Die Wand sieht verrächtig aus. Ich weiß nicht, wie sie auf diese Idee kommen. Ist sie aber nicht. Da ist ja nichts mehr. Was soll das? Finde ich nicht nett. Spiele müssen nicht nett sein. Doch. Was ist Kirby? Oh nein. Wie können sie nur? Bomben. Wenn das kein Fehler war. Als ob die Bombe sogar. Nicht zu feierlich ist. Ich glaube, da muss man aktivieren. Sonst kommt man nicht weiter. Ich kann nachher wohnen. Ja, da kannst du doch nicht. Ich dachte, man kann ja nicht. Warum machen wir das? Man weiß es nicht. Vielleicht kommt ja irgendwann mal alle Gegner besiegen. In einem bestimmten Bereich. Denke ich ja nicht. Das heißt natürlich möglich. Aber das war kein... Oh doch. Wo war die? Ja, die war da im Strudel drin einfach. Im Strudel? Ja, sozusagen eine Strudelkonserve. Wow. So ein Apfelstrudel als Konserve. Mh, lecker. Cola. Eine Konserve noch. Wird sie noch kommen? Fragen wir mal. Oh, da ist einer. Sie dürfen noch nicht weiter hin. Du musst ja auch... Boah. Einfach vollgestorben. Nein. Oh Gott. Glück genauso wie im letzten Part am Ende. Ja. Ach so, da hast du noch was. Ich weiß gar nicht. Ja, viel zu einfach. Lame. Oh, mein... Konserve, kommst du noch? Noch könnte hier ein kleiner Bereich kommen. Hoffentlich. Komm schon. Na. Konserve. Hallo. Ja, wir müssen eh nochmal rein. Also von daher... Oder hinter. Da kann zu lange gehen. Das sieht auch noch irgendwas aus, aber da wird nicht beides sein. Wird doch nicht. Du, du, du. Was? Oh, Krabi. Krabi. Ja. Na ja, haben wir unsere Qualitäten. Sind wir mit Leile gewohnt. Ich weiß gar nicht, dass es auch hellere Wolle, die es gibt. Gewinne den Kampf, ohne ins Wasser zu fällen. Welchen Kampf? Ach so, ja, ich glaube, ich war... Wow, ich war halt nur im Wasser. Okay. Na, die Liene. Sehr schön. Bobstern. Bobstern. Und hui. Ohne ins Wasser zu fällen, also eigentlich... Na, schafft man den Boss wirklich noch in einem Port, man weiß es nicht. Aber eigentlich bist du gar nicht ins Wasser gefallen. Ich war ja die ganze Zeit im Wasser. Ja, das Ding ist es halt. Okay, dann wollte ich sagen, sehen wir uns gleich... Äh, ein paar... Ein paar Dinge. Wir werden, äh... Das ist kaputt. Denke ich, euch die erste Location von dem... Dosen-Thunfisch-Konserven-Ding zeigen und... wie wir nicht ins Wasser fallen. Also... Ja, Wottel, dies haben dir geholfen. Stell dich den Boss. Juhu, toll. Und eine Raumzeitverzerrung. Ja, Mama, wie machen wir hier noch? Also bis gleich. So, Simphor wieder. Freust du, da kommst. Und dann wollen wir diesmal nicht runterfallen. Ach, das ist jetzt der Boss sogar schon. Hm, was denn? Dann kommen wir ja gleich ohne... Äh... Ohne, wie heißt es denn? Umschweifel? Ohne Umschweifel, ähm... Das fehlende... Konservchen holen. Und da kommt noch welche. Wir dürfen uns noch nicht sicher fühlen. Das sind nämlich, äh... Tödliche Fische müssen sein. Und dann, was tun sie? Bisschen Stallbahn. Das ist viel zu spannend. Tun sie auch damit. Boom. Okay, und da haben wir jetzt geschafft. Andere Zeit mal direkt im Anschluss noch. Ach, stimmt. Wir müssen ja auch nochmal wieder in die City. Aber nicht jetzt. Ja. So, jetzt sehen wir das. Ist das die Stelle? Ja. Ja, aber nee. Hä, warte mal. Ja, ich sollte hier oben drauf. Nee, du bist, glaube ich, kann sein, dass du sogar schon zu weit bist. Okay, wir werden es sehen. Ich gucke mal auf der anderen Seite hier. Nein, ich sehe das hier auf dem Bild, Jan. Okay, gut. Dann sehen wir uns noch wahrscheinlich wieder, wenn wir das nochmal sehen. Guck. Da sieht man es hier leuchtet. Das hat irgendwie erst voll spät geleuchtet. Deswegen, naja. Okay. Da ist die letzte Konserve. Das heißt, wir sehen uns am Abschluss des Levels wieder. Ich zeige es doch nochmal kurz. Das zweite war hier hinter dem Feuer. Und hier schwebt die letzte schon rum. Ui. Und dann bis zum Levelausgang. Und hopp. Dann haben wir es. Hoffen wir mal, dass die Challenge nicht so lange dauert. Ja, hoffen wir mal. Spinde. Hey, als ob die nicht beschrieben werden. Schrank schon, aber Spinde nicht. Nein. Was ist das für ein Zeichen? Spinde sind langweilig. Schränke nicht. Tschüss. Tschüss. Ja, oder machen wir das letzte hier noch? Vulkanfeuer. Licht ins Dunkel. In der Fernsteher. Eine Minute. Das potenziell dauert es länger, weil insgesamt länger dauert. Ja. Oh, zwei Minuten. Also, wenn du es im ersten Versuch schaffst, dann Respekt. Aber eigentlich immer schön, wie sie vorausschauend denken. Ja. Das sehe ich gar nicht erst ein. Warum haben sie denn jetzt diese Attacke eingesetzt? Weil, wenn man in der Luft drückt, dann macht man das gleich. Nicht weiter. Scheint man nicht ganz auf dem Boden. Nee. Mancheint man noch nicht ganz auf dem Boden. Ich wusste das ja. Sie müssen doch Sicherheitsvorkehrungen treffen. Sie können doch nicht einfach hier ins Nichts springen. Und sichtig kann ich das schon. Nicht so. Ja, ich glaube, das war schon schlecht. Vielleicht doch okay. Ja, aber streng so sind. Oha. Das würde ich nicht immer nachher gehen. Jetzt, ob der das nicht getroffen hat. Oha. Ach, komm, ey. Also, wenn das das letzte wäre, der wäre super. Oh, ja. Ja, ist es. Aber ich falle nochmal runter. Hätte man schaffen können. Ja, wenn ich nicht immer runtergefallen wäre. Ach, Jan, ey. Was sind denn das für mal hier für Enden von dir? Besten Enden. Ah. Die Mad Enden. Gehört bei mir dazu, okay? Ich freue mich schon so auf das Koromon-Netzplay. Das glaubst du nicht. Und ich habe Angst, weil ich muss das alleine machen. Was soll denn da passieren? Weiß ja nicht, wie schwer das Spiel ist. Ich weiß, ob das mal eine Schwierigkeit gerade anstellen kann. Was gut, aber auch schlecht sein kann. Weil, bei, jetzt anstrengen, dring mich an. Weil, ich habe den Namen vergessen. Wollte es auch einstellen und selbst das ist leichter für mich viel zu schwer. Das war ich aber, weil ich nicht von Anfang... Wow. Na, das schaffe ich glaube ich nicht mehr. Ja, wenn man so schielt, auf jeden Fall nicht. Ach, man, oh. Fertig los. Oh, set. Du bist halt auch mal viel zu weit weg. Sie müssen ein bisschen näher dran gehen. So nah, wie es geht eigentlich. Und jetzt gleich nicht gegen das schwarze Ding hauen. Nicht Fehler nochmal machen. Ja. Oha. Ja, das war zu langsam. Und jetzt halt wieder die Kugeln beachten. Weil, die haben eigentlich immer die die gleiche Flugbahn. Dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd Ja, das war's. Warum hat er sich jetzt wieder auf der Stelle umgedreht? Ich hasse es. Warum bist du jetzt so ruhig, Flo? Rede. Nee. Doch. Wenn du jetzt mal schaut, wird es besser, wenn ich einfach mal nicht sage. Nee, ich will ja nichts sagen, damit ich mich konzentrieren kann. Da musst du schon was sagen. Nee. Das ist nicht motivierend, was ich jetzt sagen würde. Dann rät, was man hier zum Essen gab oder was man schon gemacht hat. Nee. Das ist nicht redenswert. Das ist nicht redenswert. Das ist sogar sehr redenswert. Was machst du denn? War noch gar nicht schlecht. Doch. Anspruch muss man haben. Nee, das war nicht realistisch. Sie hätten das noch schaffen können. Natürlich hätte ich es noch schaffen können, aber... Also ihr Anspruch sollte sein, wenn sie das gleich machen, das in einem zu schaffen. Weil den dritten verhauen sie immer. Einfach direkt jetzt. Und nochmal husch. Und dann sich treffen das. Ah, schlecht. Du sagst, ich soll es im einen schaffen und nachdem ich das erste Spaß gehabt habe, gesagt, ich soll nicht neu sterben. Nee, das eben war nicht so schön wie das gerade. Nein, das war beides. Das ist nicht zeitlich gesehen. Jetzt aber schon wieder. Ja, du kannst schon wieder aufgehen. Das ist nicht... Ja, du kannst schon wieder aufgehen. Nein, das ist schlimm, ne? Ja, aber der trifft dich ja auch nicht unbedingt mal. Ja, das war gut. Wenn du mal gerade schläfst. Oh Gott. Wenn du jetzt mal links, rechts würde ich machen eigentlich. Ja, also gut. Und spring. Drei, zwei, ja. Ah, okay, ist noch okay, los. Super schnell. Wollte wahrscheinlich nicht schnell gehen. Wollte wahrscheinlich nicht schnell gehen. Wollte wahrscheinlich noch 30 mal machen müssen. Verschiedenen Fähigkeiten und so. Aber... Letzte Go. Ja, wir geben einfach unser Bestes. Und ich weiß, wer es ist. Nicht auch. Wir wissen es aus Trailern. Ja, man hat es auch eben gesehen. Altbekannter. Es ist sowas wie Alola Eich. Ne, der hieß ja nicht Eich. Wow, da hat er einfach... Hieß Alola Eich. Das war er damals. Ja, aber Lola Eich. Da hast du einfach den Titel von Dom Tendo zitiert. Hä? Ne, ne, ne. Der hat Alola bla 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 geschrieben. Was mir übrigens aufgefallen ist. Tropischer Terror. Bei Dom Tendo ist einfach mal nur so kurz, um das zu erzählen. Dass der irgendwie sein eigenes Schema gebrochen hat. Er hat bei Kirby teilweise erst den Titel vom Spiel und dann seinen Titel gemacht und teilweise auch umgekehrt. Er hat auch nicht mal was einheitliches anscheinend. Oder er hat sich vertan. Maxi Tomoto. Oha. Wird Feuer nehmen. Ich glaub Feuer wird bei dem gut sein. Hm. Wenn er brennt. Hast ja schon einen Spoiler gegeben. Ja, es geht um Pflanzen. Man hat's ja eben schon gesehen. Das liegt in Schatten. In Schatten sieht man eindeutig gesehen, dass das eine Palme ist. Vielleicht nicht was für eine, aber... War eine Palme. Das hat man gesehen. Und die Palme ist... Ach. Wutwedeln. Tropic Woods. Tropic Woods. Nicht wispy, dropik. Die Frage wie man das macht. Ich glaub das eine war wieder und Zeit Limit. Oh. Wahrscheinlich nur nochmal Zeit Limit. Keinen Schaden kriegen. Aber kann ihn anbrennen anscheinend. ich hoffe das ist jetzt ein spezielles Feuer der pustet einfach wir müssen erstmal irgendwie sein Karten-Ding irgendwie auswendig lernen ey schrei mal nicht so rum das macht er er baut ne Wand die Mauer muss weg oh, schöne Wurzeln zerstört oh, zerstört die Wurzeln von Tropic Woods oh, ich hab mich weggefetzt lebt mit seinen Kokosnüsen brenne ich muss mich nicht weg nein ich hoffe es ist nicht wieder kein Schaden aber so wird sowas von dabei sein schnell du musst die Nummer ich mag sein Bärtchen ich mag sein Bärtchen wollte ich gerade sagen, der mit seinen Ziegenbart oh wie immer die Träne schnell wir haben es doch vielleicht nicht geschafft oder? oh doch die Zeit Edline Decker bla 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 Pause hey 얘기 naja wir wissen was noch alles wenn es kein Schaden ist das andere ist sie gehen mit Ohne Spezialpower Hä? Oh Gott, das heißt Du musst die Sterne benutzen, um es zu sehen Ja, erstmal Animation Magst du vielleicht mal googeln, ob das immer ohne Oh, stimmt, jetzt können wir erstmal wieder 30 Finzen Ja, ich kann auch schon gucken, was das andere ist Ne, ob es bei jedem Boss immer ohne Schaden ist Ich hoffe es nicht, aber Es wäre halt Wäre lame, sagen wir es so Aber es gibt ja wahrscheinlich immer ein Fight Limit Also Es ist auf jeden Fall die letzte Mission Ohne Scheiden Bomben Entdecker Wie eine Fähigkeit von den beiden zur Auswahl Ne, ne Wurde die Gelehrte aus in der Stadt Tipps wohl die Blaupausen sind Ist egal, wir dürfen jetzt eh nichts benutzen Lass uns raten Ja, wir wollen in die neue Welt Nein Nicht jetzt Oh Die zweite Welt war keine Wüstenwelt Oha Wundaria Ruinen Neues Gebiet Geil, Freizeitpark Nee, nicht jetzt Komm, nenn Wundaria Rein da in den All Ohne Schaden Ohne Power Up Ja, du beißt auf einmal glaube ich wieder nicht, dass ich das schaffe, aber mal sehen Weg damit Mach's weg Ja doch, wir schaffen das jetzt Easy peasy Ah, Max Ich soll doch eh ohne Schaden machen Ja, das stimmt schon, aber ich mag's, wenn die Leiste voll ist mehr, das ist so ansehnlicher Nicht so, weißt du nicht Ja, das ist schon verbessert Mit der Auswahl gehabt hätten Crazy Wer streamt? Aha Jetzt kann ich halt immer so auf Abstand bleiben Ja, Gott Immer weg, du musst Ja, immer schön, wir brauchen, wir müssen ja nicht besonders schnell sein, wir müssen einfach Aber nur, wir müssen es schaffen Wo ich könnte sagen, dass das auf Abstand viel einfacher ist Ich weiß nicht, der kommt ja auch noch mit seinen Wurzeln und Ja, aber Aber was denn? Ähm Was denn? Hau, geht an Ja Geh doch weg Ich weiß genau, dass diese Explosion größer sein können, als sie denken Wind Wuste Oh, jetzt die zweite Phase Zum Glück war da der Ja, du musst drüberspringen Oh je, nein, nein, nein Was hast du denn dabei gedacht jetzt? Oh ja, tot Oh, scheiße Na egal Ist nicht egal Ja, ich muss mal wachen, wenn ich ohnestand wieder aufs Das war ein richtiger Pilot-Greffer Ja, das ist wahr Wurde aber von der einfachsten Attacke getroffen, mit Abstand Ich weiß nicht mal, ob das einfacher ist, wenn du gleich mit der Fähigkeit das machen willst Ich weiß nicht, ob das ist so einfach Das ist so einfach Ja, das ist einfach so einfach Aua Na gut, wenigstens wäre es jetzt eh zu wenig Von wegen Besieg, der ist noch da und explodieren soll verbrennen ja da muss man sagen noch mal ohne schaden zu erleben aber ich würde sagen wir sehen uns wieder wenn ich das geschafft habe da sind wir wieder ich muss die theoretische noch einmal treffen ich hoffe das klappt jetzt auch natürlich wir haben stern nein ja auch gott ihr seht habe ich wieder ohne fähigkeit gemacht jetzt nicht du hast leider nicht angeschafft siehst du hast schaden das spiel sagt dann ich wollte gerade sagen dann dann wäre ich jetzt aber böse nur weil ich das kacktomaten jetzt nur eingesammelt habe so dann würde ich sagen ich hoffe euch hat auch diese folge gefallen ist ja wieder relativ viel passiert im nächsten fahrt werde denke ich am anfang mal kurz in der stadt rumgammeln gab es jetzt ein zwei neue sachen die wir reden können und machen können und dann werden wir in die dritte welt aufbrechen wegen nicht verpassen weiter lassen bis dahin mal stoppen kommen noch ein paar sachen so erstmal alle sachen gesammelt geil und jetzt wirklich nicht 2 2 2 2 Tschüss.